okay ich bin jetzt hier in der hütte doch nicht dass das und ist das der spielstand ist oder du bist in der hütte ich nicht ich bin nirgendwo ich bin im nichts das ist hier eindeutig nicht der richtige spielstand hat das letzte mal vergessen das zu speichern meister potenziell ich meine wir hatten ja dorf irgendwo am anderen endes die rüste die knochen ich weiß aber wir haben nichts mehr okay kann noch mal zurückkehren du hast keinen anderen speicherstand ich habe das schon gesehen ich habe noch einen zweiten speicherstand dann spielen heute was dann spielen wir etwas anderes oder ich habe sowieso mehr bock auf werft von daher also wenn ich bin jetzt alles vom letzten spielstand verloren haben dass das sehe ich jetzt nicht ein styles noch ja ich auch nicht vor allem bei mir läuft sowieso auf alles klappt okay das sieht gut aus dass sie das ist eine das ja das sieht besser aus ja dann müssen wir doch die scheiße weiter spielen ja denke ich mal wieder rüber zu meiner zu meinem was auch immer ich dort habe ist mein haus was denkt neben dem dorf steht dann was zu trinken hast du nicht zufällig dabei ich lasst du alles dabei ich habe das regal für getränke oder was trinken was mir abgehen kannst sicher ich habe sowieso nicht vor zu speichern von daher bei mir steht auch so ein wasserbehältnis nicht damit richtig ist da ja was zu trinken drin also wenn du zu mir kommst ich habe was zu trinken für dich ja ich gucke erst mal ob ich was habe weil da oben steht ja so ein schildkröten ging es muss zwischen euch mein gegner trotz und ja hat das naja ich habe was zu trinken sehr schön gut ich vergaß ja dann wunderbar gewählte position jetzt wo ich hier noch holz muss bäume fällen und holz ach scheiße ja dann macht das wie gesagt ich habe ich gedenke ähnlich zu speichern wenn ich kurz vorm verdursten oder sterben will werde ich mich sowieso wieder neu reinladen habe ich ja ich habe vergessen meine rüstung anzuziehen ich brauche keine rüstung momentan alles gut habe ich nur rüstung an ich weiß es nicht ja ich habe eine fleisch rüstung an ja stimmt du hattest die fleisch rüstung ich hatte mir keine gegeben weil es ist unnötig bei mir ich bin sowieso unsterblich trotz aber noch eine zweite naja ich habe auch noch einen kompletten rüstungsständer ich habe noch einen kompletten knochen rüstungsständer und ich muss hier eine weltreise machen um holz zu sammeln ja du ich habe mein haus mein haus war ja auch in das beiden keine ressourcen mehr ja wie gesagt ich irgendwas wieder wie sonst auch ich spiele sondern bis ich kurz vorm drauf gehen bin dann könnte ich raus und starte ich neu und dann mache ich weiter ok ja so wie letztes mal halten ich mal wenn es geht anders habe ich an dem spiel dir keinen spaß das hat mir schon okay das war ein seltsamer pack das hast du denn gemacht der baum ist recht gut der baum ist gerade in den felsen reingefallen passiert na toll jetzt kommen die kann die bahn weil ich braucht vielleicht mal hilfe warum wir sind deutsch du hast waffen muss auch mal lernen auf dich selbst aufzupassen vielleicht kann ich mir jetzt einfach mal zwei walds mitnehmen hier rumliegen und los rennen sie einfach ignorieren das soll jetzt abliefern toll kaum fangen wir an ist es schon wieder dunkel es ist doch nicht dunkel wenn wir es noch ziemlich hell ich sehe hier fast nichts da kommen wir es nicht ich habe gerade andere probleme als das licht da sind zwei leute mensch welcher war mein bogen ich habe immer noch kein bett bei mir hier also insofern ach kacke das holz schwimmt ja nicht wie kann ich das dann bauen hier ich sehe nichts es ist dunkel geworden dann geh kurz schlafen ich habe kein bett es gibt hier auch keine betten ich kann nirgendwo schlafen gehen oh ja ich auch nicht momentan und ich habe hier irgendwo noch leute die ich nicht sehe die mich aber auch gerade nicht angreifen deswegen 10 von 26 ich sehe hier halt gar nichts gerade ich auch relativ wenig welcher taste war noch mal das l ups cool kann ich mit dem bogen nicht benutzen wo waren doch mal hier nicht waren noch mal das kräftige menü auf das inventar ja so kraft ist im inventar ich will mir jetzt mal eine was muss ich dem mann jagd unterstanden muss mir bauen um schlafen zu können ich wiederhole komm einfach zu mir hast du ein bett wo wir schlafen können oder ja das wir immer benutzen dafür problem ich sehe nichts ich habe hier auch noch so richtig schön gegen licht das heißt ich sehe wirklich nichts außer mein fenster in der spiegelung okay ich sehe da so ein kannibalen typ und ich kann nicht rennen vielleicht weil ich zu hungrig bin hast du was zu essen dort drüben bei dir kümmere dich um dich selbst ich kann halt nicht rennen warte ich bin gleich da du hast hunger wenn du was zum essen ja ich weiß hier ist ein rehe sie hätten nicht wussten ist treffen muss man mal können okay hab das rehe verloren lass mal tag machen dann finde ich das rehe du kannst nicht tag machen wie du es vielleicht schon gemerkt hast nachdem ich es gesagt habe wir können momentan nicht schlafen weil das spiel scheiße ist das ist richtig kommst du mal kurz raus wenn ich finde wie ja hier drehe ich mal um wie sieht das hier was ich tue für dich aus wo bist du alter da bist du du hast die orientierung von das kopf in der wand habe ich nicht gesehen und ja habe ich komm mal her abend essen oh hey mir fällt gerade auf die gras textur kenne ich mensch das läuft dann läuft das re einfach weiter haben den kopf schon ab gehabt und es läuft weiter ich glaube das hier ist die standard textur die es bei unreal momentan gibt hier wo ist das andere re ist das andere re ich kann nicht rennen ich bin wirklich arg am arsch wo ist denn das dynamit muss man sich das zeug irgendwie kochen das fleisch was ich habe ja das muss man gucken das ist ja vorher ich kenne mich dann gleich mal auf dem feuer und hast da schon was zu essen darf ich mir mal nehmen ja ich lege was neues drauf hört man das eigentlich was ich hier mache ja man wird es irgendwie explodieren ja ich weiß gerade einfach mit dynamit rum weil ich habe es ja gerade warum wirfst du damit nicht auf gegner weil hier gerade keine sind denn drüben bei mir sind welche du könntest du hin ja moment ist immer sinnvoll warum sollte ich dannλλą okay und okay ich habe neue klamotten was man absolut nicht sieht weil es unter dem fleischkostüm an habe ich bin lediger ich trage ein fleischkostüm sie spielt im neuen joker film wir wissen nicht ob sie die rolle spielt doch wo doch schon gesagt es ist vermutet aber es wohl nicht bestätigt ist nur mit klar dass sie mitspielt trifft auf den joker und ein paar papa 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 ist was ist eine extrem gute schauspielerin ist oder jeweils nicht haben noch kein film mit ihr gesehen aber sich erst hier ist irgendwer ja hier bei mir ich würde ja grafen liefen von dem wappen mann muss jeder busch steht da da unten da der nachter mann sie ist nämlich hier ist niemand okay also ich sehe wirklich nichts das ist blöd weil er steht fast vor dir wo damit da hier guckt da hinter busch da guckt hier wo ich bin denkt man hat selber drunter oder was ja der hier davon ist auch jemand das war verkaufen ich mich nicht verblüht hier ein ding von dem haus okay der stone ich weiß ich habe ihn erschossen die von ihren zähnen headshot headshot den habe ich erledigt noch nicht ganz ich mache uns mal knochen auch wenn ich keine braucht legt noch essen auf dem feuer ja es ist immer wieder lustig wie sie sich ins feuer setzen zähne kann ich aber brauchen zähne liegen jetzt überall rum hier ist noch einer moment da ist keine mehr okay halber weiten ist schon voll zwei habe ich noch wie viele 20 mehr als genug das heißt ich kann zähne einsammeln werden nicht niesen verzeihung passiert nein das hat nichts passieren das verbiete ich ja und was gibt es sonst so neues bei dir haben uns jetzt ausnahmsweise wirklich lange gehört nicht viel oder und so ja bei mir auch urlaub schon gut genutzt jetzt bin ich jetzt jetzt ja nicht mehr oder oder das ist vorbei ich von hamburg im urlaub es ist wieder schule ich glaube der tür ist kaputt natürlich jetzt gut ich habe jemanden angst von mir so was baue ich dann noch jetzt neues vielleicht ein paar lampen für hier außen rum dass wenn ich schlechte die thema beleuchtet wäre ja das denke ich mir mich auch noch haben wir ja jetzt ist für uns der typ dort unten ist ein bisschen sollte er auch ich habe gerade sind ich habe gerade alle hier gehett schottet würde kommen dort wir sind da zwei versuchte wird ja mal von zweien letztendlich aktiviert das ist gerade ein bisschen schwierig aber ich bin tot und ich auch fast nicht nicht weiß ich habe eine rüstung oh zähne ja ja moment ich komme gleich wieder rein musste kurz beenden weil sonst wäre ich glaube ich habe einen ganz doof gegen mich passiert ich bin gleich wieder da ein bisschen unterstützung könnte ich gebrauchen vor allem im dunkeln ich weiß nicht wie viele habe ich jetzt hier gegen mich ich bringe hier gerade den halbding um was wird für der hell draußen sehr gut mein gott glaubt doch endlich steam alter gesundheit der grad hat schu gesagt deswegen habe ich gesundheit gesagt na komm her er ist tot steht noch eine lady wow liegen jetzt ein paar menschen rum da ist noch einer ja ich höre es stöhnen da ist noch einer der hat einen bogen und ein rückzeug auf also wo ist jetzt die beleuchtung okay dann werde ich mal wieder rüber gehen ja ich möchte hier dann ein bisschen aus da sind dort welche menschen tot und schon wieder dorstig der typ das gibt es noch nicht tot und ja hey tot ab dem schuss ein treffer ich liebe es zu dann wieder Baumstämmer mach das ich weiß nicht was was wir mit all den Knochen hier tun sollen Tja Knochenrüstung machen wir haben schon volle wir haben auch unbegrenzte vielleicht kann man sich irgendwas draus bauen ich habe schon Knochenkronenleuchter viel mehr gibt es leider nicht ich habe schon nachgeguckt kannst du mir noch einen bauen ich kann dir auch eine Decke voll Kronenleuchtern bauen wenn du den Knochen hast wir haben unbegrenzte Knochen du siehst du auch wie viele hier kommen und ich brauche halt wirklich buchstäblich einen Schuss pro Kill das ist gut ja schwer ist es jetzt nicht gerade zumindest solange die Mutanten noch nicht auftauchen die kommen schon noch ja natürlich kommen die noch au momentan nicht ok 12 von 26 dann steht erst das Ding erst Ding dort noch vor definitiv noch ein zwei, drei noch in der Länge und dann werde ich dort eine Plattform bauen wo ich das Haus dann ausrichten kann ja die Plattform wir es halt nie fertig kriegen aber viel Spaß ist nur eine Frage zur Zeit und hier kam halt einer du hast ja sogar tatsächlich Spaß am The Forst also naja geht's so beim Spielen bist dann weil ich habe dir schon gesagt wenn ich jetzt nicht wüsste dass ich das ganze Zeug einfach wegschießen könnte mit unbegrenztem Moment hätte ich heute schon gesagt nee ich habe keinen Bock auf den Forst ich habe irgendwie noch irgendwie das Ziel das werde ich heute nicht schaffen aber irgendwie das Ziel mir dort ein Haus zu bauen auf dem Wasser ja cool das wirst du halt nicht hinkriegen weil das was du davor hast das dauert lange und zwar wirklich lange also 100 plus Stunden lange ich glaube die Story kennen wir ja sowieso beide und sie ist jetzt nicht so gut ja sind wir denn schon ausgerüstet genug dass wir dass wir die Story eingehen können wir können die Story die ganze Zeit über schon angehen aber es macht halt wenig Sinn weil es ist nur Höhlen erkunden die schlecht ausgeleuchtet und gleich gesignt sind und ja das ist für die Story sammeln für nichts anderes brauchst das wir denen ist Timmy retten die Nymph und das Spieler damit dann beenden ja nee das können wir ja nicht wir brauchen erst die Taucher ausrüstung man braucht mir die Kettensäger müssen wir das noch finden dann müssen wir das noch finden dann müssen wir das suchen das ist so ein nervige Scheiße also wenn man schon kennt ich kenne es halt noch nicht aber ich und ich habe wirklich keinen Bock auf dich zurück das sei jetzt hier von cannibalen gegessen zu werden das war noch die beschissenste Position überhaupt im Moment hätten wir wenigstens was zu tun das wäre wenigstens Mystery füllen wollen etwa noch ja gut dann lasst uns jetzt mal alle Höhlen erkunden gehen die sehr sinnvoll sind und sehr gut ausgeleuchtet wir haben hier ein, zwei vor der, vor der, vor der Tür wir können uns ein, zwei mal anfangen Alter ich sterbe hier ich habe hier einige gegen mich komm du steppst immer dann liegt mir ein Zeug hier rum ah verdammt du kannst mich mal wiederbeleben wenn ich schnell genug zu dir runter komme ich bin direkt vor meinem, vor meinem Hochsitz ja ich weiß, ich bin gefühlt am anderen Ende der Map wie immer dann mach hin ich verstehe immer noch nicht, warum du so hoch und da dein Haus bauen willst ich auch nicht warum machst du es dann keine Ahnung weil ich es jetzt angefangen habe es ist so sinnlos nicht labern laufen der Weiten ist schon fast Zeit rum ist ja gut du stehst hier ja dann belebe mich ich kann dich nicht oder kann ich ist das hier wiederbeleben ja ist es danke du standest, du standest gerade hier und hast masturbiert ah ja also wirklich, es sah so aus interessant was greift mich jetzt schon wieder an ich sehe nicht, was mich angreift ich bin aber wieder fast tot bleib mal bei dir ja mach das mal ach du hast mich jetzt getroffen nein nein doch eindeutig lass das mal oh da ist eine Schildkröte hey lass mich mal Ruhe hab ich medizin dabei natürlich nicht natürlich habe ich keine medizin du hast bei dir drüben medizin oder nö ich habe immer medizin dabei aber sonst hättest du mal was für mich weil ich bin ja einen schlag vorm tod entfernt und da sind kandibalen sehr nice ja ich mach ja schon bin so gut wie tot ich fällt dir erstmal Bäume liegt hier gleich neben den baum wenn du mich wieder beleben willst so schwach zum baum fällen ich kenne es baum fällt es aber ich weiß nicht ob der ob der ob hier und was und nummer eins ist weg gesprengt von den kannibalen ok er steckt im stein ich weiß nicht ob wer besser wäre es ist besser ich habe da schon sehr viel Spielstunden das macht tatsächlich Spaß im Gegensatz zu was auch immer das ist naja ich weiß nicht The Forest ist halt das erste große Survival Spiel gewesen und man merkt dass es das erste große Survival Spiel war es ist vor allem groß ja das ist mitunter das Problem es ist halt groß es ist vor allem leer Minecraft Minecraft ist auch groß und leer ja bei Minecraft kannst du überall alles bauen wo du Lust drauf hast im Forest auch irgendwie aber du siehst es ja ist die Forest ist halt hast du ein bisschen Medikamente für mich ja klar danke schön ich spreng dir mal eben ein paar Bäume runter mach das ich kann das Holz brauchen ja ich weiß das ist halt normalerweise sprengt benutzt man Dynamit ja nicht dafür weil es ist so begrenzt und es ist laut und ist halt eine starke Waffe und ich denke mir nur so ja cool ich habe unbegrenzt davon bin so blütenfugel zu jahren ich weiß das hat mir beim letzten mal schon weil es heißt nicht für multiplayer optimiert ist nach all den jahren diese multiplayer gespielt wird tja du hast hier oben jetzt ein paar Bäume gefällt ok ich fähre mir hier gerade unten noch welche das war ein Falschknopf ich spawne mich eben neu moment ok ich weiß nicht wie der Typ Bäume fällt aber hm das soll mir recht sein ich spiele das Spiel wahrscheinlich einfach nur falsch ich weiß nicht ich weiß zwar nicht wie aber ich trau es dir zu der Herrzeit mit seiner mit seiner Faust irgendwie Bäume keine Ahnung wie sie mein Krupp nachmachen wenn du Fleisch brauchst bei mir liegen Rehe alles klar brauche ich tatsächlich Quater wirf mal aufs Feuer damit es gleich abholen kann sicher ich habe hier Besuch na toll oh hey ich auch moin ups ups die können nicht wirklich klettern die kommen zumindest bei mir nicht hoch hey ich schieße immer zu hoch momentan na egal wir werden schon wieder kommen oh da hinten ist ja einer wieder gekommen Mensch hi okay wir werden es die es zählen ein da haben die Untertitelung des ZDF, 2020